Ich werd verrückt, Leute. Ich hab grad... Ich glaub, ich werd verrückt. Ich hab grad... Six Oil and the Mix gesehen. Ich muss das erst mal jetzt sacken lassen. Ich bin ja noch ein geheimer YouTuber. Also noch nicht so bekannt, aber... Ich hab... Six Oil and the Mix. Ja, da hinten ist er. Es ist... Da steht er, ganz hinten. Six Oil and the Mix. Er wird erkannt. Also, es ist immer... Also, ich bin ja jetzt gespannt. Hui! Ich bin jetzt gespannt. Äh... Ich weiß das jetzt echt nicht. Die sind ja mitten drin. Mitten drin. Äh... Ey, Wahnsinn. 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 Äh... Leute... Äh... 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 Ich muss es... Ich muss es... Ich muss es jetzt echt erst mal sacken lassen. Ich muss es... Ich muss es jetzt echt erst mal sacken lassen. Ja... Ja... Leute... Das ist so kusig peinlich. Und... Äh... Und... Vielen Dank.